What up, this is Bam Margera, makes you check out the best German podcast named Al Forno. Man fängt an zu stinken, man verlottert, die Haare sind fettig und dann riecht immer ein bisschen nach Penis. Das Herz und Wasser, ein Bein, die ich richtig geil finde. Ah, ja, 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 ja. Ihr wisst nicht genau warum, aber ich mache das ganze Briberborium oder wie man auch immer das nennt, weil ich hier in des Irokesensmannsgesicht reinblicken tue. Ja, ja, real jener Indien ist am Stissel, Sepp, das Adlerauge. Real Money to Shady ist am Start, Alter. Ja, ich dachte mir, wann, wenn nicht jetzt? Ja, du bist ja eh eingesperrt, dich sieht eh keiner. Genau, richtig und dann dachte ich mir, ich habe keine Lust, morgens in den Spiegel zu gucken und zu denken, okay, wer hat denn Tony Marshall exhumiert und deswegen bin ich jetzt hier sozusagen am Start. Wenn das so ein richtiger Outdoor-Bube ist, finde ich, das hat auch was davon. Also du könntest dir jetzt den Bart länger wachsen lassen und dann flechtest du dir deinen Irokesen so Ragnar-Lodbrock-mäßig nach hinten. Nee, 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 das ist, nee, das ist kein, nee, aber das ist kein, nee, aber das ist kein, nee, das ist kein, so dieses, auf diesen Vikings-Scheiß stehe ich gar nicht. Ich finde aber, jetzt mal ganz im Ernst, ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Da ist doch eine Ecke drin da hinten. Da ist keine, du hast eine Ecke drin. Na klar, da ist doch, das ist doch nicht richtig schön akkurat rund weggesäbelt. Mann, da war wieder eine Horde Blinder am Werk, ey, Mann, Mann, Mann. Wir haben halt nicht den Vorteil von Berlin und lassen uns hier schwarz die Haare schneiden irgendwo, weil irgendjemand Zeit hat. Davon habe ich, also das gibt es hier auch nicht. Hier halten sich die Leute an die Regeln. Okay, weil deine Seiten sehr akkurat aussehen, muss ich sagen. Ich sehe doch auch schon wieder wie ein Hippie. Was soll ich denn sagen? Also ich sehe aus wie ein Hippie. Das gibt es hier nicht. Also hier wird sich dran gehalten, der ist der Lockdown, der wird sehr ernst genommen. Und das schneidet auch, da arbeitet niemand im privaten Bereich, um eventuell seine Kosten zu decken oder sonstiges. Das würde hier keiner machen, keiner. Hier geht man erhobenen Hauptes in die Armut, wie sich das gehört. Alles fürs Vaterland. Wir kommen nämlich hier direkt in den neuen Talk rein, so in den Zeitungstalk rein, weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben gerade, glaube ich, Mittwoch ist, ne? Mittwoch, ja. Mittwochs morgens, 9 Uhr. Adrian und Sebastian sitzen hier und wir haben uns mal wieder zu einem kleinen Frühstücksplausch zusammengefunden. Mir fehlen noch die Worte. Ich komme gerade frisch vom Sport. Ich bin dreimal ums Lagerfeuer getanzt. Musste noch einen anderen Stamm überfallen. Ein Bison gejagt. Genau, ich habe noch einen Bison gejagt. In den losen Händen ermordet. Er wirkt. Und musste meinen Tipi noch aufräumen. Also von daher, ja, das passt. Ist das noch ein bisschen Kriegsbemalung im Gesicht oder ist das Mascara? Man weiß es nicht. Das ist Sperma. Sperma. Das ist so ein heimlicher Fetisch von mir, den habe ich für mich entdeckt. Nee, Quatsch. Nee, das ist Mascara. Das ist vom Sport gerade. Frisch gezapft oder? Nee. Nee, ich kaufe das immer übers Internet. Stell dir mal vor. In so kleinen Ballons. Ja, vor allem das Witz hier an der Sache ist, es gibt tatsächlich auf der Welt mindestens einen, auf den das zutrifft. Weißt du, wie ich meine? Der sich Fixe im Internet bestellt, ja. Ja, um sich die dann ins Gesicht zu schütten morgens. Ob das nicht stinkt nach einer Weile? Lass uns direkt das Thema wechseln, bitte. Ich möchte das Thema gar nicht ausführen. Ob der sich das in den Kaffee schüttet? Ja, wahrscheinlich. Kaffeesahne quasi. Ja, der dehydriert das, dann hat der so einen Pulver. Mmh. Das wäre auch richtig gut. Ja, und das mischt der da drunter und das Kokain und dann, wenn der hier einen Großzügigen macht mit seinen Kumpels, ne? Das gibt es doch im Berghain. Im Berghain wird sowas doch gemacht. Kannst du mir noch nicht erzählen. Ja. Nee, da musst du aber absaugen. Okay. Das wird alles frisch, frisch weggelutscht. Boah, jetzt ist mir direkt schon schlecht. Ich hab noch nichts gegessen, Alter. Ja, weil du homophob bist, deswegen. Ja, bin ich auch. Homophob und sexistisch. Ich bin ein ekelhafter Sexist. Ein ekelhafter homophomer Sexist. Unhässlich. Ein ekelhafter homo... Hässlicher homo... Ein hässlicher... Ähm, KIZ, KIZ haben schon wieder was Neues gedroppt, hast du gesehen? Rap über Hass? Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Hab ich nicht. Das finde ich witzig. Das Beste daran ist das Intro. Also, ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Das, glaube ich, von einer Bundestagsrede von irgendeinem AfD-Typen, glaube ich. Da geht's um feine Sahne-Fischfilet und ja, der Herr Bundespräsident hat veranstaltet eine, nee, promotet eine Veranstaltung, auf der Rapper irgendwas sagen, dass sie das Messer in die Journalisten fressen, rammen und dann irgendwie einer schwangeren Frau in den Bauch treten, um sich dann an der Nachgeburt zu vergehen, während sie sich an brennenden Deutschland Flaggen wärmen. Also, sowas, das ist so deutschfeindlich. Stimmt, stimmt, das habe ich gehört. Das Intro habe ich irgendwo gehört. Ich fand das richtig gut. Das ist wie, das ist genauso lustig wie das Interview von King Orgasmus One bei, äh, bei, war das Maischberger? Nee, aber wo die alles Schwarze oder wie die Alte heißt, wo die ihn interviewt hat und seine, und seine Texte vor, und seine Texte vorgelesen hat. Kennst du das? Ja, ja. Ja, das hatten wir auch schon, haben wir auch schon mal besprochen. Ich glaube schon, ja, trotzdem googelt nochmal für einen kleinen, für einen kleinen Witz am Nachmittag, googelt nochmal eben das Ding, das war echt witzig. Für eine kleine Schmunzelrakete, da könnt ihr euch mal eine kleine Schmunzelrakete selber zünden und das nachgoogeln und dann. Alice Schwarzer versus Orgie. Ja, gestern Corona-Beschluss, ne, hier, äh, bis zum 14. Salami-Taktik, klarer Fall, ist jetzt wieder dicht, also wie gesagt, ich, was heißt wieder, immer noch, ich rechne auch nicht damit, dass da schon vier Wochen noch was wird. Scheibchen für Scheibchen, ne? Ich sag März mit einem kleinen Fragezeichen und April sollte dann wieder, ich hab mal geguckt, wie die Impfrate jetzt gerade ist, in Thüringen gibt's 21 Leute, die eine zweite Impfung schon gekriegt haben. Sehr gut. Ich hab mich da gestern auch köstlich, ähm, drüber, ähm, ähm, amüsiert, da haben die so einen Typen aus so einem Impfzentrum halt interviewt und der sagt so, ja und wir haben hier, ähm, die Kapazitäten um 1500 Impfungen am Tag vorzunehmen und, ähm, ist auch alles schon aufgebaut und so und bla und es läuft auch ziemlich gut und wir sind jetzt bei einer, bei einer täglichen, äh, äh, Rate von ungefähr so 270 Impfungen, die wir machen und wir müssen sagen, ähm, logistisch gesehen kriegen wir das gut gestemmt und, ähm, das läuft alles super und reibungslos, wo ich dann in Gelächter ausgebrochen bin und ich denk so, Alter, wenn ihr für 1500 Leute plant und es dann nicht schaffen würdet, nicht mal 300 ordentlich abzufertigen, dann wärt ihr einfach nur behindert, da musst du dich nicht mit rühmen, so, Alter, 300, äh, 300 Leute zu impfen, das sitzt doch ein Arzt und eine Schwester auf einer Arschbacke ab. Da gibt's doch die berühmte Szene von Schwiegertochtergesuch, wo der Typ sagt, ja, ich sag, so, geht's irgendwie um Sammeln und der Typ dann so, ja, ich sammle auch schon mein ganzes Leben lang Puzzle. Ja, okay, wie viele Puzzle hast du? Zwei. Ja, genau. Das war, das ist ungefähr dasselbe. Ja, vor allem, du musst dir ja mal überlegen, das hört, also auch 1500 hört sich ja viel an, ne, aber rechne mal, wie viele Einwohner es gibt so. Da, da brauchst du ein bisschen. Ja, das ist hier ein Haus. Ja. Das ist ein Haus in Marzahn, das ist ein Haus. Am Ende ist es so. Ein Haushalt. Ein Haushalt. Ein durchschnittlicher arabischer Haushalt. 300. Wir können eine Familie am Tag impfen. 300 Mann. Die Frauen werden nicht geimpft, die müssen durch. Achso. Es ist gerade, ich hab voll den Eindruck, aber dass die Zeit trotzdem super schnell rum geht, oder? Ja, nur dass nichts vergeht. Ich sitze, ich liege im Bett den ganzen Tag, so breitbeinig, mit den Armen auch ausgestreckt, breite Arme, breite Beine. Den Sehstern. Den Sehstern. Viele kennen das von, viele kennen das von, viele kennen das von zu Hause, von ihrem Sexualleben. Wenn zwei Sehsterne sich paaren. Wie das wohl geht? Ich hab mal von Monte gehört, dieser Montana Black. Ja. Der hat gesagt, der hat sich so darüber, oder der hat darüber gesprochen, wie es halt ist, so auch mit Frauen zu schlafen, die keine, also die sich totstellen quasi beim Geschlechtsverkehr. Gibt's bei Männern vielleicht auch. Er sagt so, damit kann er nix, damit kann er nix. Er will, dass die, er braucht Resonanz. Er sagt, er ist ein Resonanzficker. Naja, aber es ist auch. Ein Resonanzficker, das fand ich gut. Aber wie sind wir da schon wieder hingekommen? Wir sind schon wieder falsch abgebogen. Ja, das ist ja. Wir müssen uns zwar über die ernsten Themen dieses Lebens, ähm, äh, austauschen. Eigentlich hatte ich angefangen, dass die Zeit schnell vergeht und daraufhin hast du dann die Story von Montana Black erzählt. Ja. Wahrscheinlich, weil mir egal ist, was du erzählst und ich einfach nur das erzählen will, was ich will. Ja, wahrscheinlich. Wir können doch einfach mal auch schön eine Stunde lang, ähm, nicht auf die Fragen des anderen eingehen und einfach nur die Thematiken behandeln, auf die man selber Bock hat. Was hältst du davon? Ja, damit wärst du auf jeden Fall ein guter Politiker, weil dann würdest du nämlich, wenn ich dich irgendwas frage, würdest du sagen, Sebastian, das ist eine sehr gute Frage und ich bedanke mich dafür, aber viel wichtiger ist doch, sich die Frage zu stellen zum Beispiel, was mache ich heute noch, so weißt du, nachdem ich dich, nachdem ich dich gefragt habe, so, keine Ahnung, was du heute gefrühstückt hast. Da ist echt eine Menge, da wird echt eine Menge gesabbelt, aber nichts gesagt, ne? Ja, nee, das ist, das ist, das ist mir nichts, Adrian, diese Woche. So, so ein, so, so könnten wir nicht sein. Was, was treibst du dann jetzt den ganzen Tag über, ist, was, wie läuft Homeschooling? Starre Löcher in die Decke. Echt? Ja. Gestern habe ich den ganzen Tag meine Eori-Nummer gesucht, diese verschissene Eori-Nummer, aber zum Glück bin ich ja nicht allein, ich bin ja in festen Händen und dann kam, um deinen Hals, da kam Laura und hat einfach in den Ordner gegriffen und gesagt, hier ist der scheiß Zettel doch, so ein Handgriff, das war so. Ich finde es krass, dass du noch, ja, okay, ich habe auch schon da geguckt. Weißt du, was ich, was ich richtig krass finde? Dass du noch Papierordner hast, etwas cringe, Brudi. Ich habe den ganzen Kram, alles komplett digital. Ich mache, bei mir läuft das so ab, ich kriege die Post, ich scanne die Post, ich schredder die Post, weil dann brauche ich nämlich nur eine Sache einzugeben in meinem, äh, in meinem System, in meinem Cloud-basierten System und muss dann nur, und kriege dann sofort das Dokument, was ich haben will. Ziemlich cool, hä? Wow. Habe ich mit meinem Fahrzeug Brief gemacht, war keine gute Idee. Nee, Quatsch. Das habe ich nicht gemacht. Das ist das Einzige, was ich noch in, äh, in Dings habe, den Rest. Das wäre witzig, wenn du das gemacht hättest. Das wäre wirklich mal eine witzige Nummer. Ich finde das auch so. Das wäre die erste wirklich witzige Nummer von dir. Ich finde das auch so bekloppt, wenn Leute sagen, du musst den Versicherungsschein aufheben im Original und so, wo ich mir denke, wenn ich einen Schaden habe, dann wissen die Leute, dass ich da versichert bin, weißt du? Den Schein brauche ich eigentlich gar nicht. Ich brauche eine Nummer da drauf und alles andere kann ich bezeugen, weißt du? Der ist ja nicht der einzige Nachweis darüber, dass eine Verbindung zwischen mir und der Versicherungsgesellschaft besteht. In Papierform, meinst du? Ansonsten druckst du den halt aus, wa? Ja, genau. Ich scanne den und dann drücke ich den aus und sage, hier, nur weil der so ein cooles Papier hat, so, dann gib mal rüber so einen Bogen. Dann kann ich damit vielleicht auch noch wirken. Das ist wichtig. Die werden nämlich dann diesen Brief, das machen Versicherungen nämlich so, in einem Schadensfall. Sagen wir mal, du hast einen Fahrradfahrer, bleibt mit seiner Bremse an deiner Tür hängen, Kratzer. Und du willst diesen Versicherungsschaden melden. Dann kommt ein Papierspezialist deiner Versicherung. CSI-Kommando kommt da. Und kommt, bevor die sich den Schaden überhaupt angucken, kommen die und kontrollieren, ob der Versicherungsschein, den du hast, vorhanden ist, weil da könnte ja dann mal jeder kommen, einfach. Vorhanden und original auf dem Originalpapier eingeschweißt, laminiert. Da werden chemische Proben genommen, da werden Auswertungen gemacht von zehn Köpfigen Spezialteams. Die Corona-Wissenschaftler sind ein Scheißdreck dagegen. Da wird ein Sonderkommando eingeflogen, um herauszufinden, ob dieser Versicherungsschein denn wirklich, wirklich, ob der wirklich, glaubst du, glaubst du, es gibt Leute, die laminieren ihre Post, also alles, auch so Dialogposts, so ich kann, ich hab die letzten Werbeblättchen in der letzten, der letzten drei Jahre archiviert. Das gibt's dann so hier von Times oder wie das heißt, hier diese Werbung, die es früher immer gab mit den CDs, wo es diese ganzen Kollektionen gab, der größten Hits der 70er und 80er, die größte Kollektion aller Werbeblättchen aus den letzten 30 Jahren. Aufgeklappt, so Flyer von irgendwelchen Lokalen, aufgeklappt und eingeschweißt. Ja, als Poster. Das kann man auch gleich als Untersetzer benutzen. Zum Beispiel, ja. Oder als Platzdeckchen, so wie es viele, viele sehr, sehr blickige Restaurants jetzt gerade machen mit ihren Karten, wenn sie denn offen haben würden. Haben sie aber nicht. Aber was ich jetzt auch, was jetzt immer öfter ist, dass mitten im Tisch ein QR-Code eingeklebt, aufgeklebt ist und den kannst du dann abscannen und dann kannst du online deine, ähm, äh, äh, die Speisekarte einsehen. Ist das was? Das ist doch verrückt, oder? Aber ich muss sagen, so der QR-Code hat auf jeden Fall seinen Revival in der Corona-Zeit gekriegt. Mir hat letztens jemand, da hab ich mich so kaputt gelacht, der hat mir, der wollte mir die ganze Zeit erzählen, was er für ein Checker ist und was er für Ahnung hat, so von dem ganzen Internet-Kram und so, ne? Und dann zeigt er mir so was im Vertrauen, so ein QR-Code. Und er so, hier, guck mal, weißt du was, das ist unser eigener, den haben wir selber gemacht. Dann hab ich den angeguckt, dann hab ich mir fast in die Hose gekackt vor Lachen, weil ich mir denke, cool Story, Bro, Alter, deinen eigenen QR-Code, Junge, richtig geil. Ist ja nicht so, dass das jeder Idiot in zwei Minuten im Internet selber gemacht hätte, so weißt du, aber damit, also ich hab gesagt, das darfst du niemandem zeigen, weil das ist ein Wettbewerbsvorteil. Ziemlich unlauterer sogar. Nee, aber kurz zurück zum Thema. Also ich muss sagen, ich finde das mit den Restaurants, finde ich uncool. Im Restaurant hab ich persönlich auch als 21st Century Digital Boy eine Speisekarte. Du kommst ja normalerweise ins Lokal, kriegst die Karte, scannst die Karte, schredderst die Karte. Ja, genau, richtig. So, wir kennen das. Ich hab immer meinen kleinen Handschredder dabei. Macht der Gewohnheit. Ja, aber mit dieser Frisur, jetzt darf ich das natürlich auch. Das ist der große Vorteil davon. Man erwartet es von mir, dass ich sowas mache. Richtig. Du bist auch jemand, der mit Äxten durch das Lokal schmeißt. Ja. Nur um zu demonstrieren, wie gut du darin bist. Nee, ich hab mir jetzt einfach, ich glaube, ich werde so, nicht extrovertiert, nicht extravagant, wie heißt das Wort? Ich vergesse das immer wieder. Exzentrisch. Extrovertiert. Genau, ich bin extrovertiert. Wikinger waren sehr extrovertiert. Lass uns das direkt als Folgentitel nehmen. Extrovertiert. Extrovertiert, ja. Wikinger waren auch gerne mal schnell mit der Axt zur Hand. Die waren sehr extrovertiert. Ich, nee, ich glaube, ich bin jetzt einfach, ich bin dieser Startup-Silicon-Valley-Typ jetzt, der im Rollkragenpulli rumläuft und der wie der letzte Penner aussieht und dem das scheißegal ist, weißt du? Ich spiele jetzt einfach das zu sein. Oder sehr extrem alles. Ja. Ich finde, du könntest jetzt zum Beispiel anfangen, im Parcours-Style durch Jena zu springen. Mit so einer Bollerhose, weißt du? So, mit abrollen und hier und da und dann so an Laternen hüpfen und dich festhalten und so und rückwärts rollen. Alles so ein bisschen hölzern. Ja. Aber dennoch, einfach extrem. Ja. Hauptsache extrem. Was glaubst du, wie ich in meine Wohnung komme? Ich seile mich immer ab. Ja. Da habe ich mir gestern auch Gedanken drüber gemacht, wie das wohl bei mir aussehen würde, wenn ich mich irgendwo abseile. Krass auf jeden Fall. Das muss lustig aussehen, wirklich. Aber weißt du, was ich mir an deiner Stelle mal besorgen würde? Jetzt kein Scheiß. Ich würde mir gerade, wenn ich so weit oben wohnen würde und die Hütte fackelt irgendwann mal, würde ich mir irgendwas zu Hause hinlegen, womit ich aus dem Fenster raus kann, ohne zu sterben. Weil bei dir wäre das sehr wahrscheinlich, dass du dann stirbst. Warum? Ich rufe dir einfach die Feuerwehr an. Dann machen die das Feuer aus. Kaufe dir eine Rettungsleiter. Rettungsleiter? Nee. Ich habe da mal drüber nachgedacht. Aber ich habe hier, ich habe schon meine Exit-Route, habe ich hier schon geplant. Ich hole mir einen Fallschirm. Einen Fallschirm wäre cool, aber ich würde mal jetzt, ich würde mich jetzt mal auf das Gebiet der Spekulationen begeben und würde sagen, das ist nicht hoch genug bei dir. Ich glaube, 50 Meter reichen nicht für einen Fallschirm. Das sind ja nicht mehr 50 Meter. Nee. Aber dennoch, die Sache ist, wenn ich jetzt quasi bei mir aus dem Balkon hinten rausspringe und der Schirm spannt sich auf, hänge ich ja sofort im Baum. Das wäre auch ziemlich geil. Dann verbrenne ich halt da. Ja, das ist auch okay. Aber das hat wenigstens was Natürliches. Lieber auf Holz verbrennen als auf Beton. Ja. Feuer in der eigenen Wohnung. Ist dir sowas schon mal passiert? Nee, aber ich will es auch nicht mitkriegen, ehrlich gesagt. Und das Schlimmste ist, es muss ja nicht mal deine Schuld sein. Also, weißt du? Es ist wie mit Motorrad fahren. Oh Gott. Und dann stell dir vor, der Versicherungsschein ist abgebrannt. Jo, Alter. Der ist nicht laminiert, Alter. Und dann, oh, der ist nicht Feuer. Deswegen ist ja auch die Pflicht, es steht ja auch im Kleingedruckten, dass du deinen Versicherungsschein in feuerfestes Linoleum einschweißt, um ihn vor eventuellen Schäden zu bewahren. Hast du ein, hast du ein, hast du, hast du was Feuerfestes bei dir, wo tatsächlich so Sachen wie Passo oder sowas drin sind? Nee, ne? Nee. Okay. Du bist wie ein Idiot. Hallo. Du hast sowas? Ja. Ich hab ein Tresor. Da sind meine Sachen drin. Und der ist feuerfest? Yes. Das Ding ist, also ein Tresor, das musste ich auch lernen, kleiner Exkurs in die wunderbare Welt der Tresore. Tresore sind nur eine gewisse Zeitfeuerfest. Die haben verschiedene Klassen. Das heißt, die können, und das ist ein Witz eigentlich, das heißt, in einem fetten Hausbrand halten die 20 Minuten durch, bevor die platt sind. So. Mhm. Das bringt einem natürlich wenig in dem Fall. Aber... Du wirst dann raus, so vollkommen aufgelöst, in Tränen, stolperst so Ruß, mit Ruß verschmiert, deinem Feuerwehrmann entgegen. Der gerade ins Haus will und du heulst und sagst, mein Tresor ist noch da drin. Reißen den Tresor raus. Nicht mehr lange durch. Ja. Nee, ist ein kleiner Tresor, aber der ist verschraubt. Verschraubt ist der. Der ist auch tatsächlich nur Papierkram drin. Also jeder, der hier mal einbricht und das Ding dann mitnimmt und denkt, er hat jetzt den großen Wurf gemacht, für den habe ich eine sehr, sehr bittere Enttäuschung. Hat eine ganze Armada an Schlüsseln, die nicht mehr zuordnbar sind, woher die eigentlich stammen und so weiter und so fort. Kennst du das? Na, Gott sei Dank hast du die gut verwahrt. Ja, ja, auf jeden Fall. Na, weil ich nicht weiß, ob ich vielleicht doch irgendwann nochmal das mir einfällt, wofür ich die gebraucht habe. Ich bin die ganze Zeit am Arbeiten agieren. Ich bin von morgens bis abends tatsächlich im Studio. Du bist ja auch ein ganz fleißiger Mann. Ja. Ein ganz ein fleißiger Bub. Ja. Würde ich auch gerne sagen. Ich bin teilweise so phlegmatisch. Oh. Dass ich nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Echt? Ja. Ich bin momentan richtig energielos, was das alles angeht. Du kannst mir bei meinem neuesten Projekt helfen. Mhm. Dann hast du was um die Hand, was ich gerade mache. Ja. Okay. Ja. Jetzt? Ja, jetzt wird's schwierig. Soll ich dir jetzt damit helfen? Nee, ich bin gerade noch am Webseitenbau, aber das kann ich dir später gerne mal zeigen, was ich da überhaupt mache. Also ich fahre jetzt heute nach Bayern und dann besuchen wir meine Schwiegermutter. Echt? Ja. Ja. Darf man überhaupt da gerade hin? Klar. Wir dürfen doch raus. Wir dürfen doch. Also die Sache ist, dass es ein Haushalt mit maximal einer Person ist und wir sind zu zweit. Und Lauras Mutter ist ja allein. Und das passt dann. Und da dachtet ihr euch so, dann wollt ihr mal ein bisschen zusehen. Die Frau hat die Krise bis jetzt zu gut weggesteckt. Ihr wolltet mal so ein bisschen Risiko in ihr Leben reinstreuen. Und da wir ja hier auf jeder Corona-Sexparty unterwegs sind und sicher gehen, dass wir die Mutationen schon längst haben, streuen, spreaden wir den Shit. Mutationen, alle reden von dieser Mutationen. Ich muss dazu sagen, dass wir wirklich nicht diejenigen sind, die jetzt irgendwie groß, ja, sich in großen Menschenmassen aufhalten, so im Großen und Ganzen. Naja, wird ja auch schwierig in Berlin, oder? Weil es hier keine Menschen gibt. Nee, wobei, ich habe letztens erst irgendwas gesehen, wo es irgend so einen Markt gab, in Öffentlichen, wo die Leute dann hingehört sind. Ja, Wochenmärkte sind hier auf. Ja, gut, also ich sage mal so, ich lache jetzt, in Jena ist das auch so, aber in Jena ist es wie mit der Bevölkerung, mit der DDR, äh, der Bevölkerung der DDR, es hält sich in Grenzen, heißt er? Ja, na, das ist, es ist sowieso komplett absurd alles, ne? Also jetzt ist ja diese Homeoffice-Geschichte, die jetzt schon losgetreten wurde, auch von der Bundesregierung inszeniert, initiiert. Aber das ist das Geilste, hast du dir das durchgelesen, was gesagt wurde, ich war nämlich auch bis vor einer Woche noch der Überzeugung, dass in Thüringen ein 15 Kilometer Bewegungsradius gilt, ist gar nicht so. Es ist eine Empfehlung, und genauso haben die diesen Homeoffice-Kram wieder aufgeweicht, weil da heißt es nämlich Homeoffice, also jeder hat das Recht auf Homeoffice, bei jeder Tätigkeit das zu machen. Das heißt, wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf Arbeit zu gehen, dann musst du nicht, und der Typ, also, oder, ja, natürlich der Typ, wer soll es sonst sein, die Frau kann dich nicht rausschmeißen. Stell dir mal vor, stell dir mal eine Welt vor, wo Frauen in Führungspositionen sind. Wow, wow, da möchte ich nicht leben, sag ich dir. Da werden Polizeikontrollen in Zukunft aber richtig bis ins kleinste Detail durchgezogen. So, da möchte ich kein Teil von sein, ne? Ne, auf keinen Fall. Ähm, das, ich habe Faden verloren. Achso, nee, Homeoffice-Pflicht, genau. Das wurde ja vollmundig angekündigt, deswegen ist es immer so lustig, wenn sich alle Leute in die Hose scheißen, wenn irgendwelche, äh, irgendwelche wie Spiegel, Zeit, was auch immer, wenn irgendwelche Zeitungen dann anfangen zu sagen, ja, Beschlussvorlage, so und so, das Kanzleramt plant, bla bla bla, oder dir denkst, ja, Freunde, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist, weißt du? Weil das Ding ist, hinterher, es hieß ja auch, ja, Lockdown, kompletter Lockdown, ganz Deutschland dicht so und Thüringen so, nope. Weißt du, das ist halt, es ist gerade momentan, alle sind sehr nervös, was das angeht. Ja, und das ist ja auch schon wieder so, ne, jetzt sagen die ja bis Mitte Februar und die Schulen sind auch alle zu und Babi sagt, ja, eure Schulen sind zu, unsere Schulen machen aber schon 14 Tage früher wieder auf. Na, dann hab ich gehört, dass bei VW demnächst die Arbeit komplett niedergelegt wird, so, weißt du, dass, dass diese Werke und sowas komplett dicht gemacht werden, auf der anderen Seite denke ich mir, es ist wahrscheinlich so, das ist ja eine ganz einfache Rechnung, so hab ich das noch nie betrachtet, weil die werden sich ja dann auch fragen, okay, wie viele Autos setzen wir um, so, was kostet uns das, die Scheiße zwischen zu parken, oder was kostet uns das, was kriegen wir vom Bund, wenn wir einfach alle Leute nach Hause schicken, so, einfacher Fall, da leben die auf Start seinen Nacken. So, und hier, weißt du was, aber ich, also ich hab letztens was geteilt, was ich gesehen hab, dass von Solo-Selbstständigen der Betrag jetzt von 25, was ich auch schon frech finde, 25% der Einnahmen, äh, zu, auf 50% erhöht wird, was ja schon mal richtig cool wäre, wenn es denn so käme, was aber immer noch nicht raus ist, und wir haben ja jetzt schon fast Ende Januar, was passiert im Januar und im Februar, so, wenn dicht ist, gibt's da Hilfen, gibt's da keine, das weiß man ja bis heute noch nicht, Ja. So, das heißt, abgesichert ist November, Dezember, und Leute wie ich, die halt im halben Dezember noch arbeiten durften, sind insofern gefickt, als dass ich wahrscheinlich für Dezember keine Hilfen kriege, was für mich aber okay ist, weil's auch, äh, eh als Urlaub eingeplant war, so, ähm, deswegen würde ich da auch keine haben wollen, wenn ich keine, oder, ne, oder da nicht irgendwie drum kämpfen, sondern sagen, okay, ich nehm natürlich jetzt gerade, was ich kriegen kann, aber ich, wenn die sagen, nö, dann mach ich da jetzt auch keinen Fass auf. Oder ich mach, ähm... Bist du wie beim letzten Mal, wo du dann hier mit Ja, aber ey, ganz ehrlich, dass... Fackel und Mistgabel vor's Ich hab ja letztes Mal wirklich überlegt, also ich hab, nachdem ich das hier im Podcast erzählt hab, dass ich nur, äh, die Abschlagszahlung bekommen hab, den ersten Teil, ähm, war das ja tatsächlich so, dass mir das hier Leute auch angeboten haben, hey, soll ich das prüfen oder so, äh, fand ich echt mega korrekt so, aber dann denk ich mir halt auch, ja, nee, weißt du was, dann ist es halt so. Ich hab lieber Geld, was ich, also, lieber nur das Geld, was ich auch dann nicht zurückzahlen muss, als Geld, was ich hinterher zurückzahlen muss. Mhm. So, also dann lieber weniger und dafür, dass es, es hat ja trotzdem ausgereicht, als dann zu viel, was ich dann, wie gesagt, hinterher wieder zurückzahlen darf. Da hab ich nämlich gar keinen Bock drauf, wenn das nicht eingeplant ist. Steuern und der ganze Kram läuft ja alles wie gehabt weiter. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich gar kein Ding, ne? Und das ist auch, ich muss auch sagen, das ist trotzdem eine Anspannungssituation, weil ich mein, ich hab jetzt schon das ein oder andere Design-Ding, womit man nochmal ein bisschen Kohle verdienen kann, auch nochmal Drucke gemacht und so, aber es ist halt schon so, dass das bei weitem nicht die Fixkosten deckt. Und man sich jetzt natürlich tummeln muss in der heutigen Zeit, was macht man jetzt? Entweder man verfällt in Schockstarre und macht einfach gar nichts oder man kriegt halt einen Arsch hoch und guckt, okay, wie kann ich, was kann ich tun, um wieder Kontrolle über die Lage zu kriegen, so. Weil ich hab den Eindruck, dass viele Leute jetzt gerade sich einfach in dieser Hilflosigkeit abfinden und sagen, okay, ich kann meinem Job nicht nachgehen, so, das heißt, ich hab jetzt kein Geld, was ja eigentlich Quatsch ist, weil, okay, ich kann gerade nicht tätowieren, aber ich kann andere Sachen dafür, mit denen ich Geld verdienen kann. So, was ich jetzt zum Beispiel mache, äh, mit, äh, noch ein paar Leuten hier, das wird richtig cool, wir bauen eine Medienagentur auf, so, das heißt, das, was wir für unser, äh, für unsere Businesses machen, also sei es mein Label oder was auch immer, ähm, das Ganze wollen wir halt dann für die Leute oder für andere Geschäfte zugänglich machen. Hm. Naja, ist ja eigentlich noch eine, eine gute Idee, oder? Dass man halt seine Fähigkeiten, ähm, anderen Leuten auch zur, zur Verfügung stellt und die dann auch profitieren lässt davon, quasi, von deinen Erfahrungen und von deinem Können. Man tauscht dann quasi gegen Geld, aber so ist das Leben halt auch. Ja, weißt du, das Ding ist, count your blessings, das, die Geschichte ist, wenn ich mir halt so mal überlege, was kann ich, so, ich kann tätowieren, okay, tätowieren kann ich gerade nicht, so, was kann ich noch, womit kann ich Geld verdienen? Du musst mit den Worten von jemandem zu sagen, du kannst eine Menge, aber nichts richtig. Ja, das ist richtig, das stimmt. Aber, da muss ich halt auch sagen, ja, man muss nicht alles bis ins tiefste Detail können, es reicht, wenn man viele Sachen, also, ich glaube, wenn man, wenn man sowas macht wie ich, dann reicht es, wenn man viele Sachen oberflächlich kann, ähm, wie jetzt zum Beispiel diesen ganzen, ja, Finanzkram und sowas, das reicht, wenn ich es oberflächlich kann und für den Rest, für die Tiefe, kenne ich Leute, die ich nach, um Rat fragen kann, so. Ja. Und das, was ich anbieten kann, was auch in, in dieser Agenturtätigkeit oder so, das kann ich halt, also ich kann Sachen entwerfen, ich kann Logos entwerfen, ich kann mittlerweile auch, äh, Webseiten bauen, ich baue jetzt, Ich baue die Agenturseite zum Beispiel auch und die wird cool, also, das geht schon alles und am Ende anbieten, ob es läuft, weiß man dann nicht, aber, ja, das ist. Das weiß man ja sowieso immer erst im Nachhinein, ob das funktioniert oder nicht, aber du machst das ja genau richtig, es geht ja erstmal ums Machen Und da, ähm, ich finde beim Start, in den meisten Fällen, besonders jetzt, ähm, in deinem Fall, halten sich auch die Kosten gering, so, oder es ist sehr überschaulich Und solange man jetzt nicht in irgendwas rein, äh, äh, stolpert, wo man halt schon 50.000, ähm, Euro, äh, äh, von Anfang an investieren muss, die man eigentlich eventuell gar nicht hat, Finde ich, ist es halt auch ein Projekt ohne wirklich großes Risiko. Und da kann man nur gewinnen, so. Und wenn's nicht, wenn's nicht Geld ist, dann halt Erfahrung. Ey, wir haben hier so viele Leute gebündelt, wir haben so krasse Leute, wir haben einen richtig krassen Videografen, wir haben richtig geile Fotografen, so, das ist, wir haben ein fettes Netzwerk, wovon, was wir anbieten können den Leuten, äh, weil das, was wir selber nutzen, äh, um unser Business voranzutreiben und was wir halt auch anderen dann damit zugänglich machen, so, ne, und ich mein, das Ding ist, dass, wenn man das angeboten hat unter einem Namen, unter einem Label, dann kann man's einfach laufen lassen, weil das frisst ab da kein Brot. So, das heißt, ich kann halt, ich kann halt sagen, alles klar, wenn du das haben willst, so und so, hab ich eine Plattform, über die ich halt Anfragen beantworten kann dafür und so weiter und so fort, weil es ist halt schwierig, wenn ich mich jetzt als Tätowierer hinstelle und sage, ach ja, ich baue jetzt übrigens auch Webseiten, mach Logo-Designs und so weiter und so fort, das wird, äh, das ist dann ein bisschen schwierig, weil das, das ist nicht mein eigentlicher Grind. Also ich male auch noch meine Tattoo-Wanna-Dos, ich hab auf meiner Liste für dieses Jahr auf meiner Zielliste stehen, dass ich drei geile Letterings, äh, pro Woche machen will, also drei große, das heißt, da muss ich jetzt erstmal produzieren, 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 ähm, dadurch, dass das jetzt in absehbarer Zeit erstmal nicht fürs Einkommen sorgt, ist das aber gerade nicht die größte Priorität, sondern halt die Möglichkeit zu gucken, ich lege den Fokus jetzt auf das, was mir kurzfristig gesehen wahrscheinlich sowas wie ein Einkommen bringt. Mhm. So, und das hat jetzt für mich Vorrang und sobald wieder absehbar ist, dass wir dürfen, dann, dann verschiebt sich das wieder, weil, äh, dann, äh, mein Brot- und Buttergeschäft wieder am Start ist, aber es ist halt trotzdem, ja, es ist halt, ist halt eine schwierige Situation, auch von den Leuten her, ich finde, das ist alles so, das ist schon, ich hab echt den Eindruck jetzt mittlerweile, dass alle Leute so, so ein bisschen traurig sind, weißt du? Also nicht, im Sinne von nicht so, ach ja, ich heule jetzt mal eine Runde, sondern die sind so, das ist so eine depressive Stimmung gerade. Ja, verstehe ich. So, die, es ist halt gerade, ich meine, es ist grau draußen, es ist dunkel, jetzt hat's geschneit, das war ganz schön, jetzt pisst es hier den ganzen Tag so und es ist halt eigentlich so eine, du kriegst den ganzen Tag nur Hiobsbotschaften, das ist eigentlich schon so ein bisschen, ja, ich meine, dem erzähle ich das. Also ich merke das an mir, ich beschäftige mich halt auch damit und es ist so, du wirst halt dadurch, dass man halt täglich dann auch nach Nachrichten sieht und so auch nicht genau weiß, wie man mit irgendwas umzugehen hat, wird man in so eine Art Negativsog immer so weiter reingezogen. Ja, genau, es herrscht so eine Lethargie, es ist so, alles so, äh, äh, ah, was macht man, wie soll das, oh, so scheiße und dann kommt, weiß man hier nicht weiter, dann weiß man da nicht weiter, dann macht man dies, dann macht man das, das ist so, oh, und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei, dann hat man wieder nichts geschafft. Man fängt an zu stinken, man verloddert, die Haare sind fettig, man riecht immer ein bisschen nach Penis und, äh, ja, schwierig, ja. Man kann das aber auch so machen wie du, der sich halt neue Aufgaben sucht und sowas finde ich auch immer bewundernswert und, äh, dass man halt sich selbst motiviert, sich am Kragen quasi selber aus der Scheiße rauszieht und sagt so, ja, ist ja alles schön, mit mir nicht, Freunde, mit mir. Nicht. Danke für die Blumen, ich weiß das zu schätzen, aber weißt du, von wem wir beiden uns auf jeden Fall eine richtig fette Scheibe abschneiden können? Von Salami, von einer schönen, schönen ungarischen Salami. Von einer schönen ungarischen Salami, das wär, das wär auch mal so eine Chorizo-Wurst, so eine spanische, das wär geil, da hätt ich Bock drauf, schön so ein bisschen Ziegenkäse drauf, beste. Nee, von Julian. Ich finde, sag ich dir, wie es ist, ich finde, der Typ ist einfach, was das angeht, was so Arbeitsmoral und Ballern angeht, so, wir hatten ja drüber geredet, als er hier war, dass, das finde ich halt richtig cool und daran probiere ich mich auch so ein bisschen zu orientieren. Das heißt, ich hab so eine Art Tagesablauf, ich steh auf, ich mach Sport und dann seh ich auch zu, dass ich nicht hier Homeoffice mache, weil hier verdattel ich zu viel Zeit, weißt du, das ist halt, dann machst du hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Ich seh zu, dass ich so gegen elf im Studio bin und das ist jetzt so lange mein Büro, da setz ich mich an den Laptop, bis gestern war ich bis acht Uhr da, hab gearbeitet, so und genauso zieh ich das auch weiterhin jetzt durch. Das heißt, ich bin da, ich mach was und dann, dass ich so den Anschein von einem geregelten Job habe, einfach um mir selber, ich glaube, das ist wichtig in so einer Situation, dass man Struktur hat, so ein bisschen, weißt du. Erstmal fickt's mich da nicht ganz so hart, nach zwei Monaten nicht arbeiten, wenn man dann wieder in den Alltag reingeht, wo man dann halt auch wo ein Wecker klingelt, wo man nicht bis in die Puppen pennen kann und dann erstmal hier schön wake und bake und dann gib ihm. Ja, aber wie, was wäre das für ein Tipp, was würdest du jemandem an die Hand geben, der aktuell auch nicht die Möglichkeit hat, zu seiner Arbeitsstätte zu gehen, weil er zum Beispiel Homeoffice hat oder weil er in einem Studio tätowiert zum Beispiel, wo er halt auch nur einen Platz gemietet hat oder sowas und die haben halt zu, er kommt selbst nicht rein oder soll halt nicht im Shop abhängen oder sowas. Also Homeoffice kannst du halt machen und sollte man auch mal, ich hab nur den Vorteil, dass mir der Laden gehört, dass ich da alleine rein kann und deswegen weißt du. Genau, aber in der Situation sind wir ja nicht alle, ich mein, bei mir ist es auch so, ich könnte auch jeden Tag in die Werkstatt gehen, tatsächlich mach ich das nicht. Also ich sag mal so, ich glaube, es ist einfacher, das so zu machen, wenn man einen separaten Platz hat, bei mir ist das mit Sport zum Beispiel so. Also ich bin jetzt eines Besseren belehrt worden, weil ich jetzt trotzdem eigentlich jeden Tag Sport mache seit dem Lockdown, hier zu Hause auch. Zu Hause, auf deiner Yogamatte. Genau, obwohl ich mich da eigentlich nicht so oder immer gesagt habe, ich muss das woanders machen, sonst kriege ich einen Arsch nicht hoch. Geht schon. Man muss sich halt dran gewöhnen, das ist was anderes. Ja, das muss ich auch sagen. Aber ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, wenn du jetzt an einem Schreibtisch sitzt zu Hause, hast du halt zu viel Ablenkung, das ist für dich, das assoziierst du nicht mit Arbeit. Wenn du das, also wenn du es durchziehst, du brauchst halt Disziplin am Anfang, mach das zwei Wochen lang, setz dir eine Zeit, sag von acht bis, oder keine Ahnung, muss ja nicht acht sein, dann sag von elf bis 17 Uhr. So, so sind sechs Stunden, das ist ein gutes Pensum, was man so im Halburlaub machen kann, setzt du dich hin an den Schreibtisch und dann machst du das, was du kannst. Dann wird gemalt, wenn du Tätowierer bist, was auch immer. Es gibt Flash-Sets, die man machen kann, die einem nachträglich Geld bringen. Du kannst Bilder malen und verkaufen, geht auch. So, einfach gucken, je nachdem was will man und einfach produktiv sein und was machen und sich halt nicht hinsetzen, sich den ganzen Tag volllaufen lassen irgendwie und einfach nur sagen und sich selber bedauern, was man für ein armer Typ ist. So, weil das Ding ist, das kann man machen, es bringt dir halt aber nichts. So, und man darf sich halt auch nicht immer darauf verlassen, dass halt andere, wie in dem Sinne der Staat oder so, dann kommt und sagt, ach ja, du armes Haschal, so, ich helfe dir mal, hier hast du mal Geld. So, erstmal ist das eine Ausnahmesituation und man muss ja auch irgendwie handeln, also ich persönlich hasse das, abhängig von anderen Leuten zu sein und deswegen bin ich auch selbstständig, weißt du? Ich mag das nicht, ich mag das, ich will nicht. Du bist halt nur abhängig von Heroin und ansonsten von gar nichts. Ja, genau, also aber nicht von Menschen, nicht von Institutionen, Substanzen sind völlig okay, aber Substanz geben wir noch dazu. Nee, ich fand, ja, aber das ist ja auch für Kinder traurig jetzt gerade, die können diesen ganzen Zustand ja gar nicht mit Drogen kompensieren, den Vorteil haben wir als Erwachsene natürlich. Können die schon. Können die schon, aber die meisten sterben dir halt auch relativ zügig weg. Heroin muss man ja völlig anders dosieren. Ja, da machst du natürlich bei den ersten drei Kids natürlich erstmal große Fehler. Ja, aber der Vorteil ist, dadurch, dass die noch nicht so alt sind, die kann man relativ schnell wieder nachziehen, wenn die kaputt gehen. Ja, ja, naja, ja. Man hat nicht so viel Arbeit in der Tonne getreten. Das Gute ist, bei Kindern muss man ja einfach sagen, ist ja eine nachwachsende Ressource. Ja, das ist stimmt, das stimmt, das ist stimmt, ist auch gut. Nee, das stimmt. Die werden hier in unseren Marzanern Hochhauslaboren ja auch in Masse produziert. Das stimmt, diese Untergrundlabore. Wie ist denn das eigentlich mit der Zucht? Was kostet, was kostet da so ein Bello? Äh, na so fünf adrianische Stabilkosten die da. Fünf adrianische Stabilkosten, das ist aber billig. Aber die können dann wahrscheinlich auch nicht viel, die sind wahrscheinlich weder geimpft. Die sind weder geimpft noch gechippt. Die können dann greifen und sich im Oberkörper drehen, was quasi bedeutet, dass die eine Handvoll Schrauben vom Fließband nehmen können und in eine Packung schmeißen. Wir bei der Tiny Hands Corporation begrüßen solche Fähigkeiten. Für uns reicht das absolut aus. Ey, ich hab mir, pass auf, ich erzähl das jetzt im Podcast, dann kann ich schon mal direkt eine kleine Marktforschung machen. Ich hab, ich wollte eigentlich, ich hab ja die Hugh Ranson Sachen jetzt losgeschickt, die ersten Bestellungen, ne? Ja. Ich hab mir ja, also ich hab mir ja erstens ein Wachssiegel gekauft, was richtig geil ist. Also ich hab, ich muss, das stinkt wie Sau, diese Scheiße und das ist auch echt so eine Wissenschaft für sich. Weil du hast das, dann kommt das an, dieser, dieser Brieflack und du fragst dich so, okay, vom Prinzip her weiß ich, wie es funktioniert, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Das heißt, erstmal auf YouTube gucken, so wie funktioniert das überhaupt. Ja. So die, mit klassischer Musik hinterlegt, fand ich schon mal richtig geil. So, weißt du. Und dann hast du da eine Riesensauerei veranstaltet, das stinkt wie Hulle. Bist du halt erstmal auch, ich hab nur diese Sticks, ich hab nicht so einen Löffel, wo du das dann draufkippst und dann auch den richtigen, weißt du, die richtige Konsistenz hast. Sondern ich lass es drauf tropfen. Dann fackelt dir auch mal gerne das ein oder andere Kuvert ab. Ich kenn das. Aber es ist, es ist auch geil, muss ich sagen, sowas zu machen. Es ist aber auch erschreckend zu sehen, dass dann ein so ein Siegel dich auch ungefähr 50 Cent kostet, oder? Weil das, ähm, komische Siegelwachs ist gar nicht so billig. Eigentlich. Es geht eigentlich. Es geht, ich fand jetzt nicht, also ich fand, das war, ich fand, das war eine Veredelung. Die krass aussieht, aber eigentlich nichts kostet. Das teuerste daran war auf jeden Fall der Stempel. Ja, okay. Den hab ich tatsächlich von so einer Siegelmanufaktur machen lassen. Da hab ich auch nur, also H und R, hab ich nur angegeben. Das hab ich auch nicht selber gemacht. Und dann hab ich abgewartet, was gekommen ist. Und das war, das hat meine Erwartungen übertroffen. Das fand ich richtig geil. Weil, das Ding, das sieht halt cool, es muss, es ist aber auch schwierig, in so einem Postkuvert, so ein Siegel drauf zu machen, was ja eben ist, wenn da drunter halt Aufnäher oder so sind, weißt du? Da musst du ja auch dran denken. Das heißt, ich hab auch das ein oder andere Siegel verkackt, so, dabei, aber ist auch scheißegal. Also heißt das für dich, Postkartenformate quasi, die du als letztes reinschiebst, damit du eine gerade Auflagefläche hast. Wahrscheinlich, ja, irgendwie sowas. Ich hab jetzt, ich mach, unterschreib ja auch so Visitenkarten noch, dass man das seinen Golfkumpanen halt irgendwie vorstellen soll. Wenn man das dann erhält, deswegen, ich bin mal gespannt, heute kommen, glaube ich, die ersten Orders an. So, und da bin ich mal gespannt, wie so die Resonanz ist. Und ich hab wirklich, also ich hab wirklich, ich hab selten sowas so liebevoll eingepackt wie diese Sachen. Aber pass auf, ich hab noch eine andere Idee gehabt. Und zwar fände ich es ultra todeslustig, wenn man dann so einen Zettel noch rausholt. Diese Bestellung wurde gepackt von Tiny Hands Corporation, 100% Kinderarbeit, so ein Stempel. Und dann so eine Kinderunterschrift, so Julian oder sowas dann da rein, weißt du, so, oder Maximilian, irgendwie sowas. Da kommen die Bullen, ne? Das ist dir klar. Ab einem gewissen Punkt wird der Sache nachgegangen. Meinst du? Ich fände das, also ich muss, ich diskutiere diese Idee jetzt ganz offen. Ja, das kommt irgendwann dahin, wo das jemand nicht witzig findet oder das nicht versteht. Ja, das ist jetzt halt die Frage. Deswegen, das, ich muss sagen. Mit so einem Stift, mit so einem Buntstift, der so vier verschiedene, fünf verschiedene Farben hat, ne? Ja, ich hab's sogar schon ausprobiert, wie das funktioniert. Und zwar kann man Kinderschrift ganz gut imitieren, wenn man mit links unterschreibt. Also wenn man Rechtshänder ist mit links, das sieht so krakelig aus. In Blockschrift oder in Druckschrift, ne? Micky hat, Micky hat das gesehen, als ich das hier ausprobiert hab. Und die guckt mich nur an, schüttelt den Kopf und sagt so, boah, ihr seid solche Arschlöcher, ey. Ich fand das gut. Also, tut mir doch mal einen Gefallen, falls ihr Hugh Ranson kennt oder falls ihr euch mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt habt. Schreibt mir doch mal bitte ein Feedback, ob ihr das witzig findet oder nicht. Oder ob ihr denkt, nee, lass das mal besser. Ich weiß, eigentlich ist der Zauber damit schon vorbei, aber es gibt ja immer noch mehr Leute, die diesen Podcast nicht hören als umgekehrt. Und deswegen ist das hier eine ganz gute Resonanzgruppe, glaube ich. Das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Finde ich auch. Ach, das kann schief gehen. Hast du einen Stempel auf dem Karton innen, wenn du das aufmachst, weißt du? Und ich meine, das Ding ist, die Sachen, die verkauft werden, ist ja bei unserem I For No Merch auch so. Das ist halt Fairtrade-Kram. Das ist halt geile Qualität, das ist nachhaltig, weiße Öko. Der ganze Mist halt dahinter ist es ja alles. Das heißt, das ist ja nur, man dichtet denen das ja praktisch nur an, weil es halt so passt. Es ist nur Image, es ist nur Image, ne? Ja. Oder man macht eine, ich könnte auch von Hurants eine Billig-Version machen, die aus Kinderarbeit halt gemacht wird. Und die kommen dann in so einen Schweißen-Fotos. Hast du noch Kinderfotos von dir? Ja. Wo du ganz klein bist? Ja. Vielleicht solltest du sowas noch mit reinpacken. So als persönliches Ding. Das lockt Perverse an. Produziert von der Tiny Hands Corporation und dann einfach Sebastian unterschrieben und dann halt so, damit man sieht, wer das produziert hat. So ein kleines Kinderbild von mir meinst du? So ein kleines Kinderbild von dir mit rein, ja. Auch sowas halt so krakelig unterschrieben ist. Ich habe, glaube ich, von früher, ich glaube, ich könnte sogar, habe von früher noch irgendwelche Sachen, wo ich eine Unterschrift von mir habe, eine alte. Der Freude, der... Die Idee finde ich gut. Das ist wieder so falsch, ey. Ist falsch, aber die Idee an sich finde ich witzig. Ja. Tiny Hands Corporation. Ja, ich finde, man sollte auch sehen, wo die Sachen herkommen. Gibt der Produktion ein Gesicht? Ja, das ist ja der Claim von Tiny Hands Corporation. Weißt du? Niemand klebt meine Nike Air Max so geil wie ein sechsjähriger pakistanischer Junge. Kriegt er dafür Props? Nein, er wird verleugnet. Wir wollen das ändern. Tiny Hands Corporation. Gib deiner Marke ein Gesicht. Wird es gekauft? Trotzdem, auch wenn es Kinderarbeit ist, ja sicher. Also können wir doch mal ehrlich sein. Weißt du, wie ich meine? Und es ist ja noch nicht mal Kinderarbeit, was ich verkaufe. Das ist ja das Schlimme daran. Wir sind ja eigentlich nur Faker. Wannabes. Wannabes. Wir sind wannabe-reich. Ey, aber fake it till you make it, wie man so schön sagt. Es wird der Tag kommen, da wirst du in Indien eine riesige große Kinderproduktionsstätte eröffnen. Und sie alle schlecht bezahlen. Ja, da habe ich Bock drauf, aber wo ich noch mehr Bock drauf habe, ist auch so ein englisches Anwesen. Weißt du, mit so Rasen, wo ich die Leute den Rasen mit Nagel schere. Wo du seitlich sitzend auf einem Pferd reitest mit einem Sonnenschirm in der Hand. Nee, das machen Frauen. Ich hätte so einen Tee. So einen Tee hätte ich in der Hand. So mit so einem, weißt du, so einem Untersetzer. Ich würde meinen Nachmittagstee damit trinken. So auf dem Pferd. Du warst noch nie auf einer Fuchsjagd. Etwas Cringe, Brudi. Oh Mann, ey. Ich warte, dass mein verfickter Laser kommt, Alter. Ich habe so Bock da drauf auf das Ding. Ach, dieses Gravur-Dings, oder was? Ja, mir hat nur mein Kumpel Basti Reschke aus Dortmund, der hat auch so ein, ich war Kickstarter damals, so ein Glowforge heißt das, gekauft. Das sieht aus, wie gesagt, wie so ein riesiger Flachbildscanner. Und mit dem habe ich darüber gesprochen. Und er hat gesagt, was man nicht unterschätzen darf bei den Dingern, ist, dass das qualmt wie Hölle. Und er sagte dann, der hat so ein, das ist schon ein geschlossenes System mit Abluftschlauch. Aber er sagte, wenn du da keinen Extralüfter dazwischen schaltest, dann nebelt dir das trotzdem die ganze Hütte zu. Ja, was sagt dir das? Was sagt der normale Menschenverstand? Das machst du gefälligst in der Küche. Machst schön die Dunstabzugshaube an. Tada, Problem gelöst. Stimmt. Ah! Naja, das ist ich. Aber in der Küche, ja, hier zu Hause. Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht einfach in der Garage stelle, weil da ist es scheißegal. Ja. Weißt du, mein Motorrad steht da auch und das kostet wesentlich mehr als der Laser. Ja. Macht auch mehr Qualm. Also momentan ja nicht. Momentan nicht, ne. Boah, dann muss ich auch mal. Fährst du gerade? Ne, ne? Ne. Ich habe ja nur ein Saison-Kennzeichen. Und bei mir ist der Tacho und der Scheinwerfer abgebaut, weil ich mir als Projekt vorgenommen habe, da neue Sachen ranzubauen. Jetzt ist aber die momentane Situation so, dass ich zu geizig bin, einfach mal 500 Euro auszugeben für Motorradteile. Das ist vielleicht auch gar die falsche Zeit, ja. Und da steht das so auseinander gebastelt, darum. Schwierig. Ist bei mir auch so. Bei mir fehlen die Rückspiegel. Aber ich will auf jeden Fall fahren und zur Not schraube ich die alten Sachen halt wieder ran. Aber ich finde die alten Sachen, also der Tacho von der Kiste und der Scheinwerfer vorne werten das ganze Bike so unfassbar ab. Da haben die sich damals bei dem Design überhaupt keine Gedanken gemacht, ne? Ja, ich finde Scheinwerfer ist so eine schwierige Sache. Was willst du da dran bauen? So einen Street Fighter? So eine Maske? Ne, einfach so ein rundes und Bullauge mäßig, ne? Es ist aber auch gar nicht so einfach, so riesige Scheinwerfer zu kriegen, ne? Ja, der muss nicht riesig sein. Ich nehme auch einen kleineren. Ich finde es eigentlich ganz geil, wenn das Ding vorne relativ nackt ist. Der Scheinwerfer bei mir zum Beispiel, der ist so fisselig, das ist richtig behindert. Also ich habe da nachts echt Probleme gehabt, da zu sehen. Also das heißt, bei mir muss auch safe ein neuer ran. Es ist schwierig, oder? Es ist einfach nicht leicht. Also wenn wir jemanden haben, der zuhört und Motorradteile zu fairen Preisen verkauft und mir dahingehend helfen kann, ähm, ja, sag Bescheid. Wir haben eine neue Rubrik nämlich, das sind die iPhone-Kleinanzeigen. iPhone-Kleinanzeigen, ja. Hier kann man sämtliche Dienstleistungen, bietet doch sonst mal sämtliche Dienstleistungen Pfeil, die ihr so habt, die ihr so anbietet und dann können wir mal gucken, ob wir davon irgendwas gebrauchen können. Ich würde die ja so gerne umbauen. Ich will da ein bisschen. Ah, die ganze, die allmorgendliche immer noch Müdigkeit. Normalerweise gehe ich ja jetzt nochmal ins Bett, stehe auf und dann gehe ich um zehn nochmal schlafen. Ja, aber kacken zwischendurch und essen. Pipi-Kacka. Pipi-Kacka. Was ist denn eigentlich, äh, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, die Sachen einfach mit per Fünf-Finger-Rabatt dir anzueignen? Einfach irgendwo bei anderen Mopeds abschrauben? Ja. Ja. Ja, das finde ich, ähm, nee, das ist nicht mein Style. Weil, wenn ich neidisch bin oder irgendwas geiler finde bei einem anderen Motorrad, was ich auf der Straße sehe, schubse ich es um. Ich habe von einem Kollegen gehört, der hat gesagt, dass sie früher immer diese ganzen Bodykits bei den Polos und bei den Golfs abgeschraubt haben. Die haben die Karre einfach hochgebockt und haben einfach die Bodykits abgeschraubt. Das ist assi, Alter. Das ist richtig assi. Und ich wusste gar nicht mehr, dass es das gibt, aber, ähm, Marco hat mir letztens Fotos bei sich aus der Tiefgarage gezeigt, Alter. Da haben die von allen Karren einer bestimmten Zuffenhausener Marke, also das ist halt so ein Mehrfamilienhaus, wo er wohnt, und da standen viele davon drin, haben die einfach alle Reifen abgeschraubt, Alter. Du bist reingekommen. Er hat mir Fotos geschickt. Ich dachte, das gibt's gar nicht. Die standen wirklich aufgebockt auf so Backsteinen, standen die Karren dann da und keiner hatte mehr Reifen. Aber die Dinger sind auch schweineteuer. Aber ich find das, das find ich halt schon, das ist halt krass. So, weil da hast du auf jeden Fall einen richtigen Schnapp mitgemacht. Wenn du von 5, 6 Karren... Ey, und auch so Bodykits, ne? Ich hab mal für nen Kumpel, der exportiert, ähm, Autoteile, halt auch für Luxuskarossen und sowas, hab ich mal nen Tuning Bodykit für nen Rolls Royce abgeholt. Das sind nur Lippen. Ganz, ganz feine Lippen sind das, die das ganze Auto minimal sportlicher aussehen lassen. Ein Bodykit für nen Rolls Royce. Ja, Rate, wie teuer? Türke. Achso, ich dachte... Türke. Türke. Ist klar, ne? Rate, Türke. Da hast du dich, da hast du dich gerade selbst verraten. Wer macht denn... Du vorurteilbelastetes Dreckschwein. Wer macht denn an Rolls Royce ein Bodykit dran, Alter? Wer ist denn so krass? Keine Ahnung, es wurden keine Namen genannt. Das macht man doch nicht, Adrian. Macht man. Rate, wie teuer das ist. Pff, warte mal, ich weiß nicht, was kostet ein Standard Bodykit? Keine Ahnung. Sagen wir mal 2.000, 3.000 Euro, oder? 30.000 Euro. Für den Rolls? Ja. Wow. Anstatt sich dann einfach ein Auto zu kaufen für einen Rolls Royce, einen Wagen, der wahrscheinlich eine halbe Million kostet, so. Ja. Holst du dir lieber ein paar Plastikschweller. Oder ran, bastelst du da in die Himmelkiste. Aber, das stimmt, aber da scheint Geld dann ja nicht der limitierende Faktor zu sein. Nein, natürlich nicht. Das ist dann scheißegal. Ich hab, das ist so irre, Alter. Das ist witzig. Ich hab jetzt gesehen, wo wir gerade von Geld reden, dass Jeff Bezos nicht mehr der reichste Mann der Welt ist. Ja, ja. Es ist jetzt Elon Musk. Elon Musk. Und Elon Musk schon well back to business. Glaubst du? Da hab ich letztens drüber. Weil wir haben so eine Reportage über Moskau geguckt. Und halt auch über die ganzen Oligarchen und wie das so mit Putin abgelaufen ist und bla bla bla, ne? Hast du die gesehen von dem Nawalny, die neue? Nee, ja. Den Nawalny hast du mitgekriegt, ne? Der verseucht wurde. Genau, der verseucht wurde, der hier in Deutschland versorgt wurde, nach Moskau gefahren ist oder wieder zurück nach Russland geflogen ist, direkt einkassiert wurde an der Passkontrolle, so und jetzt in Haft sitzt. Ach so, ne. Jetzt ein Video rausgehauen hat, das ist richtig krass, wo es so ein Enthüllungsvideo über Putin und seine Machenschaften so, es muss nämlich wohl am schwarzen Meer irgendwo ein Anwesen von ihm geben, was er rein aus seinen Backschisch bezahlt hat, was wohl fast eine Milliarde wert ist. Das ist richtig krass, Alter. Du musst dir mal, im Spiegel gibt es einen Artikel darüber, das fand ich witzig mit dem Nawalny und der Typ meinte, es war wichtig, dass er nach Russland kommt, weil jeder andere hätte zum Beispiel gesagt, so, ja, ich bin doch nicht irre, ich fliege da doch nicht wieder zurück, so, ich lebe ab jetzt halt im Exil, jetzt ist es halt so, weißt du? Aber der hat wirklich echt die Coronas gehabt und hat das gemacht und hat dann nochmal einen draufgesetzt und hat auch seine Familie reingezogen. Zagt dann, ja, hier, der hat auch Geliebte, das und das ist das unheilige Kind und bla. Also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber das stand halt in dem Artikel drin. Und die haben, obwohl das vom Geheimdienst abgeschirmt wird, dieses Gebäude, weil offiziell existiert das, also gehört ihm das gar nicht. So, und er hat halt im Kreml irgendwelche, ähm, irgendwelche Leute halt, das ist ja wie überall, das ist halt Vetternwirtschaft, ne? Ich kenne da jemanden, in Köln heißt das, der Kölner Klüngel, so, ne? Oh ja, ich kenne da wen, der macht das mal für einen schmalen Kurs, so. Und das läuft ja auf Staatsmann-Ebene genauso ab. Wir wollen ja mal alle ehrlich sein, das sind auch nur Menschen am Ende des Tages. Sehr reiche, einflussreiche Menschen, bei denen sieht das Netzwerk dann anders aus. Naja, da schiebt der eine dem anderen was zu, ist ja klar. Genau, die haben da nicht den Uwe, der denen auch mal gerne das Bad neu fließt, sondern dann haben die halt jemanden, der denen mal irgendwie eine Stadt neu baut oder so, weißt du? Genau. Oder mal so ein Anwesen für eine Milliarde herrichtet. Aber da muss ich echt sagen, das finde ich, das ist auf jeden Fall, ich finde das irgendwie eindrucksvoll, dass jemand sagt, okay, ich, also ich gehe unter, so, und wahrscheinlich wir werden, die nächste Nachricht, gehe ich davon aus, die wir von dem hören, ist entweder gar nichts mehr, apropos, wo ist Jack Ma, oder? Ähm, oder, oder man, äh, man hört irgendwie, dass er, also ich, das ist wirklich eine Revolution in Russland, gibt letzteres halte ich für sehr unwahrscheinlich, ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass er einfach, dass er Gas gibt und dass er den Typen einfach kalt macht. Ich kriege gerade einen Anruf aus Frankfurt am Main, Hessen, Hesse. Hm, Hesse, Frankfurt, Frankfurt. Wir wissen aber nicht, was es ist. Hesse. Kennst du das auch, man hat immer so ein komisches Gefühl, wenn einen irgendwelche Nummern anrufen, die man nicht kennt. Hm, die Hesse. Ich hab das schon mit Festnetz. Wenn mich Festnetz-Nummern anrufen, ist per se schon mal schlecht. Ja, stimmt allerdings. Dann ist es immer irgendwas Offizielles oder Callcenter, so da die Callcenter hier im Laden hab ich oft das Problem, aber nicht am Telefon, deswegen ist es da meistens irgendwas Offizielles. Und selten jemand, mit dem ich sprechen möchte. Richtig, so sieht's aus. So, da du auch diese Rolle einnimmst bei mir und zwar selten jemand bist, mit dem ich gerne sprechen möchte, muss ich mich an dieser Stelle verabschieden und dich den Rest selbst machen lassen, weil ich muss mich noch duschen und anziehen und dann muss ich auch schon los. Das hört sich gut an. Ich muss A8, das trifft sich richtig gut. Wir haben beide wichtige Sachen zu erledigen. Leute, ihr habt's gehört, der Montag ist vorbei, quasi die Folge am Montag ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. War ein chilliger Frühstückstalk, war nichts Besonderes, aber man ist, glaube ich, ab der Mitte ganz gut reingekommen. Ja, naja, ich meine, gehört ja auch ein bisschen Kampf dazu, ne? Ist wie eine gute Beziehung, man muss auch mal die trockenen Stunden miteinander auskommen. Das waren die Worte zum Sonntag, zum gestrigen. Wie war der Folgentitel nochmal? Axtrovertiert. Axtrovertiert, toll. Axtrovertiert, Leute. Axtrovertiert, toll. Axtrovertiert, toll. Schreibe ich in den Subtitel. Richtig gut. Machen wir so. Juti. Gut. Tschüss. Danke an alle. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.